Wo ist Schule besser? In Russland oder in Deutschland? Ich werde euch die Antwort nicht geben, weil nach diesem Video wisst ihr alles über die Schule in Russland und dann könnt ihr selbst entscheiden. Hallo zu Russisch vs. Deutsch. Heute geht es um Schulen. Das Schulsystem ist wirklich sehr anders in Russland als in Deutschland. Da ist es nämlich so, dass die meisten Kinder auf eine gemeinsame Schule gehen. Aber nicht gleich lange. Wer mehr praktisch begabt ist, der bleibt dann nur neun Jahre und lernt danach einen Beruf. Bessere Schüler bleiben elf Jahre. Die können dann auch studieren. Es gibt in großen Städten auch Gymnasien, aber da gehen wenige hin. Und sie sind dort auch so etwas wie Elite-Schulen. Studieren kann man aber nach den normalen genauso. Die haben übrigens oft keine Namen, sondern nur eine Nummer. Auch nach elf Jahren Schule sind die russischen Schüler immer noch jünger als wir, wenn wir unser Abitur machen. Und wenn ihr dann an russische Unis geht, dann seht ihr Studenten, wo ihr denkt, dass sie noch Schüler sind. Wer nach der neunten zu schlechten Noten hat, darf nicht in die zehnte gehen. Eine schlechte Note, das ist in Russland übrigens eine Eins oder eine Zwei. Es gibt fünf Noten und die fünf ist die beste. Ausgezeichnet heißt sie. Und es ist etwas wie eine Eins bei uns. Es sind aber noch viele andere Sachen anders in Russland. Beispielsweise die Sommerferien. Drei Monate! Und sie haben aber dafür nicht so viele andere Ferien. Beispielsweise die Ferien zwischen Neujahr und Weihnachten. Die Ferien zum Jahreswechsel sind dabei auch nach Neujahr. Denn russisches Weihnachten ist ja am 7. Januar. Und so haben die Russen eher da frei. Das merkt ihr auch, wenn ihr irgendwo hingeht, wo viele Russen Urlaub machen. Die meisten könnt ihr dort kurz vor Silvester treffen. Schultüten gibt es für die russischen Kinder am ersten Schultag nicht. Nur sehr viele Blumen für Schüler und Lehrer. Außerdem gibt es auch keine verteilten Schulanfänge wie in Deutschland in verschiedenen Regionen. Die gehen einfach alle am gleichen Tag wieder zurück zur Schule. Am ersten und am letzten Schultag gibt es große Versammlungen im Pausenhof. Ob man studieren kann, hängt von einer Prüfung am Ende der Schulzeit in der 11. Klasse ab. Mathe und Russisch muss man bei der Prüfung belegen. Ansonsten kann man ein bisschen auswählen. Das ist mal nicht so anders als in Deutschland, aber eben früher. Bevor man studieren kann, muss man an der Uni noch eine Aufnahmeprüfung machen. Na, wo würdet ihr lieber in die Schule gehen? Oder gibt es Sachen, die euch in Russland besonders gefallen oder eher nicht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Unter dem jetzt eingeblendeten Link findet ihr noch andere Videos mit mir. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss!